Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Im heutigen Video geht es um ein kleines Brustmuskeltraining für zuhause ohne Geräte. Ganz leicht, 5 Minuten, dann haben wir alles durch. Die erste Variante, Spezialvariante von mir. Und zwar nehmt euch zwei Plastikfolien, alternativ auch ein Handtuch oder zwei Handtüren. Geht nach unten in die Liegestutzposition. Und jetzt macht ihr folgendes. Nehmt die Arme nach außen und wieder nach innen. Nach außen und wieder nach innen. Alles sehr, sehr anstrengend. Das ganze machen wir ca. 10 mal, dann eine Minute Pause, nochmal 10 mal und insgesamt 3 mal. Schaut bei der Liegestütze immer, dass der Winkel zwischen Oberarm und Körper 45 bis 75 Grad beträgt. Also nicht so Liegestütze, sondern dass ihr Arm näher am Körper ist. Dann die zweite Variante ist eine Negativvariante. So, ihr nehmt die Füße auf irgendeinen erhöhten Gegenstand. Und macht negative Liegestütze, ja. Diesen Runden. Das ganze machen wir auch wieder. 10 bis 12 mal. Drei Sätze. Also man pumpt ab. Und dann jetzt die letzte Version, also die letzte Liegestützvariante. Das ist ganz die klassische Liegestützvariante. Wie sie jeder kennt. Ganz einfach. Liegestützposition. Zack. Zack. Und schaut bei den Liegestützen, dass sie wirklich sauber nach unten geht. Also nicht nur halbe Wiederholungen machen. Sondern fast bis ganz nach unten, bis sie den Boden küsst sozusagen. Und dann ist sie wieder dort. Ja, das waren meine drei Liegestützvarianten für dein Brustmuskeltraining zu Hause. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin vollkommen auswarten. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Lass mir ein Abo da. Daumen nach oben. Wir haben überragend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. You gotta put your past behind you. Look kid, bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. Well that's not what I was told. And maybe you need a new lesson.